Geschichtlicher Hintergrund Die Bhagavad-Gita ist der Ruf Gottes an die Seele. Die Einsicht in die Konsequenz dieses Rufes, nämlich der endgültige Abschied von all dem, was man in seiner Weltidentifikation als Ich und Mein bezeichnete, lässt die Seele erst einmal erstarren. Krishnas Worte führen die Seele dann aus allen Verwirrungen, die viel tiefer stecken, als man erst angenommen hatte, heraus. Mit Arjuna, dem ursprünglichen Zuhörer der Gita, wird auch der aufmerksame Mitbegehr dieses Weges, der Leser, diese umfassende Transformation erfahren und hingeführt werden zu einer Klarheit, welchen Selbsterkenntnis gründet. Das erste Kapitel beginnt damit, dass die Armeen der Pandavas und der Kauravas in zwei Schlachtreihen einander gegenüberstehen. Arjuna sitzt nun in seinem Kampfwagen zwischen den Fronten. Seit jeher ist diese Ausgangslage auch symbolisch interpretiert worden. Das Schlachtfeld von Kurukshetra, auf dem sich zwei große Heere versammelt haben, stellt die Ausgangslage eines jeden Lebewesens dar. Es bezeichnet unsere Welt, in der unaufhörlich zwei entgegengesetzte Kräfte die Klarheit unseres ursprünglichen Bewusstseins verzerren. Das Lebewesen ist von den dualen Kräften des Lebensfeldes umhergezerrt. Wir sind involviert im Kampf mit den Dualitäten, in einem Kampf von Gut und Böse, Angenehmen und Problematischen, Liebe und Hass, Barmherzigkeit und Selbstbehauptung. Wir identifizieren uns mit einem Pol und haben dann ein meist recht schweres Verständnis zum Anderen. Die Pandavas repräsentieren das Wahre, die Kauravas die Verdunkelung davon, die Unwahrheit. Das Schlachtfeld ist das Feld des Lebens und Arjuna ist die Seele, das Selbst, das in dem Wagen des Körpers sitzt. Die Pandavas, die gesetzmäßigen Könige, sind von ihrer Position vertrieben und von Duryodhana ins Exil geschickt worden. Duryodhana repräsentiert das selbstsüchtige Ich mit seinen unzähligen Leidenschaften. Das heißt, in der Situation, in der wir uns in dieser Welt befinden, verfügt das Selbst nicht mehr über die Kontrolle, ist in einer unnatürlichen Situation, die ihr eigentlich wesensfremd ist und ein falsches Ich hat die Führung usurpiert. Tritharashtra, Duryodhanas Vater, ist bezeichnenderweise blind. Diese Besetzungsmacht hat keine Perspektive als das kurzfristige Genießen-Wollen. Ihr ist jeder Eschantologie, das Sehnen nach Letztendlichem, abhandengekommen. Genau in dieser Situation befindet sich Arjuna. Er sieht in den gegenüberliegenden Schlachtreihen Verwandte, Freunde und selbst seinen Lehrer Drohner und er fragt sich, wie kann ich gegen sie kämpfen? Dies entspricht der gespaltenen menschlichen Natur. Arjuna empfindet, dass er die bevorstehende Schlacht nicht aushalten kann. Und in Verzweiflung legt er seine Waffen nieder und sagt, ich will nicht kämpfen. An diesem Punkt kommt sein Wagenlenker Srikrishna ins Spiel. Die Bildsprache ist klar. Der Wagen ist der Körper, Arjuna die Seele, und der Wagenlenker repräsentiert Gott, der alles, selbst unseren eigenen Körper, lenkt. Der höchste Gott, der im Moment der echten Verzweiflung auch als innere Führung erscheint und der Seele Mut zuspricht, sich im Kampf mit der falschen Natur zu bewähren. Der denkende Geist muss einen Vorwand und einen überzeugenden Glauben als Ausflucht finden, um in der Situation, in der er nun bereits steht, seine Anhaftungen zu verteidigen. Daher wendet sich Arjuna an Krishna. Im Grunde aber versucht er nur, sein Gewissen zu beruhigen, indem er Krishna, die reine Motivation seines Tuns darlegen möchte. Das wird aber von der inneren Führung nicht toleriert und so fordert ihn Krishna auf, diese Schwäche des Herzens zu überwinden. Die Pandavas waren für zwölf Jahre in die Verbannung geschickt worden. Danach war es ihnen bestimmt, ein weiteres Jahr inkognito zu leben und erst dann konnten sie zurückkehren, um den Thron zu besteigen. Im Exil im Wald sind die geistigen Sucher aus der Welt fortgetrieben. Gegen Ende der Vertreibung erreicht man den Punkt, wo die Kräfte des Geistes zu schwinden und die Mächte des Dunklen ganz und gar die Kontrolle zu übernehmen scheinen. Das ist in der Tat oft so, dass vor dem Durchbruch zu einer großen spirituellen Erneuerung die inneren Kräfte zunächst an ihrem schwächsten Punkt angekommen zu sein scheinen. Man erlernt die echte Zuflucht, ein Einsatz, der nicht nur Durchsetzen von Eigeninteressen bedeutet, sondern sich zur Verfügung stellen. Die Pandavas sind durch die dunkle Nacht der Seele gegangen und kommen jetzt zurück, um ihr rechtmäßiges Erbe anzutreten. Das ist die Rückkehr zur eigenen Bestimmung. Sie können nicht einfach nur durch Verhandlungen mit der Besetzermacht zu einem Kompromiss gelangen. In Klammer, Duryodan proklamierte, dass sie nicht so viel Land bekämen, wie es braucht, um eine Nadel einzustecken. Das bedeutet, dass ein Ausgleich auf der Ebene der Bedingtheit nicht gefunden werden kann, weil es nicht darum geht, Harmonie im Zeitweiligen zu generieren. Die Wahrheit lebt nicht im Konkubinat mit der Illusion. Es benötigt Viveka, Unterscheidungskraft. Was ist wirklich und beständig? Was ist zeitweilig und deshalb nicht substanziell? Was bin wirklich ich? Was ist meine Identität? Und was ist nur angenommene Identifizierung? Was ist das, was ich wirklich will? Und was sind nur übernommene Wünsche, in die ich Hoffnung der inneren Erfüllung anklammere? So sieht Arjuna auf dem Schlachtfeld unter seinen Feinden, Freunde und Verwandte. Mit anderen Worten, das Vertraute. Arjuna erkennt, dass er in sich selbst gespalten ist. Das ist die Conditio Humana. In der Schlacht des Lebens sind wir gegen uns selbst angetreten. Und es gibt in der Tat keine Lösung auf der menschlichen Ebene. Solange Arjuna in diesem Bereich der Dualität bleibt, gibt es keine Antwort. Da erscheint nun Krishna und erhebt ihn auf eine ganz andere Bühne. Er solle nicht die Wellen glätten. Krishna erzieht ihn zur Individuation, zur Ganzheit. Das heißt, dass es keinen Handel mit der Bedingtheit geben darf. Krishna fordert seine Bereitschaft zur Entfaltung der vollkommenen Sehnsucht. Der Bereitschaft, alles andere zurückzuweisen. Das ist die spirituelle Rücksichtslosigkeit. Das ist genau das, was die wenigen unterscheidet von der Masse der Menschen, die Kompromisse eingehen und sich in dieses Gemauschel des Geistes einlassen. Sie wollen frei sein. Aber Ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Wie soll ich denn? Ich habe Freunde, ich habe einen Mann, ich habe Kinder. Die meisten spirituellen Sucher sind immer noch Hobbysucher, Hobbyselbsterforscher, Hobbyphilosophen. Die spirituelle Suche erscheint ihnen immer noch als ein Luxus, der erst dann vollständig gelebt werden kann, wenn die unendliche Kette anderer Bedürftigkeiten gesättigt sind, was natürlich nie eintreten wird. Aber dieses vollkommene Interesse aufzubringen, diese totale Bereitschaft für alles koste es, was es wolle, bedeutet, ich bin bereit, alles dafür zu geben, was auch immer der Preis ist, der verlangt wird. Kein Preis kann dafür zu hoch sein, wenn man erahnt, worum es wirklich geht. Man weiß, dass man eine angenehmere Zeit im Kino verbringen könnte. Heute ist Sonntag und man könnte Picknicken gehen, mit dem Hund spazieren, Freunde besuchen. Die Begegnung mit der Einladung zur bedingungslosen Hingabe ist nicht grundsätzlich unangenehm, aber für den Geist, der sich im Winterschlaf befindet, ist es manchmal äußerst unangenehm wachgerüttelt zu werden. Es gibt massive Kräfte in einem, die gar kein Interesse daran haben, aufzuwachen. Sie schlafen lieber, betäuben sich und fühlen sich auch noch wohl darin. Die Menschheit hat sich eingerichtet in ihrem Leiden, in ihrem inneren Kleingarten. Wer die Unendlichkeit nicht kennt, ist mit dem zufrieden, was er hat, und diese falsche Selbstzufriedenheit darf überwunden werden. Es ist die Selbstgefälligkeit des Leidens, die Ignoranz der Wirklichkeit gegenüber. Viele verbringen ihre Zeit so, als wäre der Wunsch, frei zu sein, die Nebensächlichkeit des Lebens. Alles muss diesem Wunsch untergeordnet werden, wenn man ihn als wirklichen Wunsch anerkennt. Die meisten Menschen spüren diesen Wunsch gar nicht, und das bedeutet nur, dass sie sich dieses Wunsches nicht gewahr sind, denn in Wirklichkeit ist es der tiefste Wunsch eines jeden Menschen. Die Nichterfüllung damit ermöglicht erst das Leben an der Oberfläche mit seinen kleinen Bedürftigkeiten. Die Erfüllung dieses Wunsches erfordert jedoch eine vollkommene Bedingungslosigkeit und alles, was man sein Leben nennt, hat sich dem zu fügen. Der innere Weg verlangt von einem eine Haltung, in der man bereit ist, alles zu geben, ohne Reserven zurückzuhalten und das hat man völlig verlernt. Was wir gelernt haben, ist Kompromisse einzugehen, so gehäuft, dass das gesamte Leben zu einem lauen Kompromiss wird. Diese Kompromisslosigkeit, eben die spirituelle Rücksichtslosigkeit, ist die Kraft, welche die Beziehung, die letztlich nichts anderes ist, als meine Beziehung zum Schein, meine Beziehung zu Bildern und Rollen durchtrennt. Und dazu gehört auch die Bereitschaft, das Gefallen Wollen aufzugeben, die Bereitschaft anzuecken. Wenn diese Kraft, in Klammer letztlich eines Shakti Lord Shivas auftritt, kann das Widerstand hervorrufen, Staub aufwirbeln, es wird ein Schlacht Getümmel. Und in dieser Beziehungslosigkeit fühlt man sich dennoch nicht abgetrennt, denn sein Wagenlenker ist ganz nahe bei einem. Die innere Führung wird konkret. Der Gottes Widerstand zeigt sich erst mal als natürliche Tendenz, jede Nichtigkeit als Ablenkung willkommen zu heißen. Das Einhängen in die Ablenkungen, die uns ja ständig umgeben, ist ein Zeichen, das man nicht wirklich will. Der eigene Widerstand zu Gott darf nun in aller Heftigkeit erfahren werden. In der stillen Annahme von ihm wird ein Umkehr Impuls geboren. Was von Arjuna gefordert wird, ist genau das, was den Kampf so schwierig macht. Ich muss all meine Verwandten und Freunde töten. Arjuna, die Seele in dieser Welt, in einem menschlichen Körper inkarniert, ist in seinem Dasein von einem Heer von Täuschungen umgeben, welche er zu überwinden, nun aufgefordert ist, um zur Erkenntnis seiner göttlichen Natur zu gelangen. Da ihm aber viele dieser Täuschungen lieb geworden sind und er mit ihnen eng vertraut geworden ist, Ausgewohnheit und Bequemlichkeit, fällt es ihm schwer, gegen dieselben anzukämpfen, ja sie sogar zu zerstören. Das ist das Problem, wenn wir aufgefordert sind, effektiv aufzubrechen und alles uns Liebgewordene abzulegen. Es scheint, dass nichts von uns übrig bleibe. Wir haben die Welt verloren und es scheint zuerst, dass man dabei nichts gewonnen hätte. Das ist der in aller Spiritualität notwendige Glaubenssprung. Das ist der tiefe Grund für Arjunas Verzweiflung. Er lässt die Arme sinken und weigert sich, den Kampf aufzunehmen, weil es nichts mehr zu geben scheint, wofür er kämpfen könnte. Denn selbst wenn er den Sieg erringen sollte, würde er doch dabei alle seine Geliebten, die ihm nun als Feinde gegenüberstehen, getötet haben. Diese Enthebung materieller Motivationen ist der Beginn von unverzweckter Spiritualität. Anna Abilasita Shunyam Jnana Kamadi Anamritam Anna Kuljena Krishna Anushilanam Bhaktir Uttam Der kontinuierliche, natürlich spontane, ununterbrochene Fluss, so wie Honig aus dem Honigglas herausfließt, des Bewusstseins und aller Bemühungen des Körpers, des Geistes, der inneren Gemütsstimmungen und aller Worte ganz allein zur Freude von Sri Krishna wird reine Bhakti genannt. Diese Hingabe ist frei von irgendwelchen materiellen Motivationen, die einem von seiner Wesensnatur entfremden, nämlich die Ambition, irgendetwas von Gott zu bekommen und dem Flehen vor etwas bewahrt zu werden. Die Fragestellung der Bhagavad-Gita ist, warum entsteht die Welt? Was ist die natürliche Funktionsweise des Individuums? Was ist die Absicht, welche Gott in seine Schöpfung hineingelegt hat? In Klammer Theologie. In welcher Beziehung steht das Individuum mit der göttlichen Instanz? Krishna hat eine ewige, unveränderliche, unbegrenzte Form mit transzendentalen Eigenschaften. Die Seele ist niemals das Unbegrenzte, auch nicht im befreiten Zustand. Auch nach der Befreiung vom Kreislauf von Geburt und Tod bleibt die Seele ein reines spirituelles Teil, lebt dann aber wieder sein volles Potential als Bhagavad Parikar, ein ewiger Beigeseller Gottes. Wer ist Arjuna? Er ist ein ewiger Beigeseller von Krishna, eine befreite Seele, welche Krishna in Sakya Ras als Freund dient und niemals unter dem Einfluss des Vergessens der Illusion und der Gleichgültigkeit gelangen kann. Krishna hat die Lamentation und Täuschung Arjunas arrangiert, damit er durch die Unterweisung an ihn alle Lebewesen dieser Welt mit der ewigen Weisheit der Bhagavad Gita segnen kann. Durch das Medium dieses Gesprächs definiert Krishna die Svarupa, die wahre Natur seiner selbst sowie jener des Lebewesens. Er erklärt reine Gottesliebe, seine ewige Welt, die materielle Natur in Klammer Sambandha und die Beziehung zwischen allem in Klammer Abhideya sowie auch das höchste letztliche Ziel in Klammer Prajojana. Die Botschaft der Bhagavad Gita in Klammer zusammengestellt von einer Inspiration von Baladevas Premeya Ratnavali und Bhaktivinots Dasamula Tattva Erstens Es gibt nur einen einzigen Gott für alle Religionen und alle Menschen in Klammer Sanatan Dharma Zweitens Dieser eine Gott ist allmächtig allgut und allgegenwärtig und umfasst alles Geschaffene Er selbst ist die Ursache aller Ursachen die dann selber keine Ursache hat das heißt ewig besteht in Klammer Bhagavan Drittens die materielle Natur in Klammer Prakriti in der wir gegenwärtig leben ist real und ewig da sie eine Spiegelung der ewigen spirituellen Wirklichkeit darstellt Die Dinge in Klammer Erscheinungsformen und unsere Handlungen innerhalb dieser Welt jedoch sind vergänglich und wandelbar Das Ewig Seiende des Ursprungs dieser Welt reflektiert sich aber im Vergänglichen ewiglich als zyklisches Entstehen und Vergehen Viertens Gott ist aber nicht nur immanent in seiner materiellen Schöpfung gegenwärtig sondern gleichzeitig auch Transcendent dazu Das heißt er befindet sich weit jenseits dieser Schöpfung ewig in seinem eigenen Reich in Klammer Vrindavana Dies bedeutet dass er in seiner Allumfassenheit parallel existiert als allgegenwärtige Energie in Klammer Brahman und in einer individualen ewigen Form mit unzähligen anziehenden Eigenschaften in einer unzerstörbaren und unwandelbaren Sphäre weilt Würde ihm einer dieser beiden Aspekte fehlen wäre er nicht vollkommen Fünftens Alle Lebewesen in Klammer Jivas sind winzig kleine bewusste und ewige Teile Gottes In dieser Welt beseelen sie alle Körperformen also auch Tiere Pflanzen Sie behalten ihre Identität bei auch nach der Befreiung des Kreislaufs der Wiedergeburten Wenn ihre aufgesetzte materielle Identifikation mit dieser Welt die nur eine Bedeckung des Jiva darstellt vollkommen abgelegt ist manifestiert sich erst dessen wahre Individualität Svarupa Die Anzahl der Jivas ist unbegrenzt und sie weisen die gleichen spirituellen Eigenschaften wie Gott selber auf Sat Chit Ananda Im Gegensatz zu Gott jedoch nur in begrenztem Ausmaß Sechstens Der Großteil der Jivas jedoch sind ewig befreit und verehren Krishna mit Liebe und Hingabe Bhakti und leben mit ihm in der spirituellen Welt wobei sie reine Liebe zu Gott prima erfahren siebtens das Liebesangebot Gottes ist freiwillig denn Liebe impliziert die Freiwilligkeit die Seelen die nicht nur noch für Gott leben wollen und ihre Prioritäten noch im zeitweiligen sehen werden da sie unzerstörbar sind an dem Ort ihrer Bewusstseins Ausrichtung wieder geboren das bedeutet im zeitweiligen in dieser Welt die Seelen nehmen gemäß ihren individuellen Wünschen Gedanken und den daraus entstehenden Handlungen Karma innerhalb der materiellen Welt einer spezifischen Lebensform Geburt als Pflanze Tier Mensch Deva und so weiter und wandern sofort während von einem Körper zum anderen in Klammer Samsara Es entspricht alles dem Gesetz Gottes aber nicht seinem Willen Achtens Das Ziel dieser Seelenwanderung durch die verschiedenen Lebensformen ist es dass die Seele sich selbst nicht mehr als Teil einer toten Welt erkennt Das was sie hindert ist ihr eigenes Sehnen nach illusionären Freuden Freuden in Klammer Maya die eigentlich nichts anderes darstellen als ihr verdecktes Suchen nach Gott Dies erkennend wendet sie sich wieder Ewigkeit zu die ihrer Natur entspricht Neuntens Durch seine unbegrenzte Kraft Ajintya Shakti ist Krishna jedoch auch in der materiellen Welt erfahrbar und zwar durch Yoga dem Pfad der Wiederaufnahme der Beziehung mit ihm Zehntens Die Pfade die Krishna in diese Welt hineinlegt als Möglichkeit der Rückkehr sind unbegrenzt Sie sind so konzipiert dass unabhängig der Verhaftung und des Hineinprojizierens des Shiva in die Materie jede Seele ein Interesse finden kann und angesprochen wird Alle Yoga Pfade sind angelegt wie eine Leiter mit verschiedenen Sprossen die die Seele durch verschiedene Verwirklichungen hindurch führt Elftens Das letztliche Ziel und die ursprüngliche Stellung des Shiva in Klammer Svarupa ist es reine Liebe zu Krishna zu erfahren und mit ihm in einer ewigen Sphäre einen liebevollen Austausch zu pflegen Bhagavad Gita Was bedeutet der Name? Generell wird es übersetzt als der Gesang Gottes Bhag heißt Opulenz oder auch großes Glück Vat bedeutet jemand der besitzt Er ist dieses Wesen der alle Füllen in Vollkommenheit innehat in Klammer und die Vrindavan Übersetzung derjenige der das Glück hat von Radhika geliebt zu werden Er hat Ajintya Shakti In dieser Welt lösen sich die Gegensätzlichkeiten auf Aber aufgrund seiner unbegreiflichen Kraft vereinigt er in sich alle Gegensätze und vermeintlichen Widersprüche Er ist groß und klein zugleich In seiner Form als Mahavishnu haben alle Universen in einer Pore seines ewigen Körpers Platz Und in allen Atomen ist er als kleinstes Teil als Überseele enthalten Die bedeutendste aller Füllen ist Schönheit Alle Schönheit hat seinen Ursprung in Sri Krishna und er übertrifft alles an Schönheit Ein Wesen das diese Eigenschaften in sich vereinigt heißt in der Sanskrit Sprache Bhagavan Gott Der Gesang aus dem Herzen dieses Wesens heißt Bhagavad Gita Die Bhagavad Gita wurde von Krishna zu Arjuna übermittelt Aber keiner der Beiwohnenden konnte dies mithören Nur Sanjaya ein direkter Schüler Vyasadevas hat durch die Gnade seines Guru all das mithören können obwohl er sich geografisch weit weg von Kurukshetra befand Er vermittelte das Vernommene dem blinden König Tritarashtra Es gibt Menschen die denken man könne die Bhagavad Gita im Eigenstudium lesen und dass das Thema des spirituellen Lehrers nicht wirklich Bedeutung habe Aber die gesamte Bhagavad Gita jedes Silber davon spricht von der Dringlichkeit einen Guru anzunehmen Da Sanchaya dieses heilige Gespräch nur hören und sehen konnte durch den Segen seines Guru Ganz am Anfang der Gita existiert ein dramatischer Kontrast Auf der einen Seite ist Ritarashtra der körperlich und auch geistig blind ist da er Position und Ansehen in dieser Welt erstrebt seine Ursehnsucht missplatziert was in Anhaftung an Vergänglichem resultiert und auf der anderen Seite ist Sanchaya der nicht nur physisch sieht sondern durch die Gnade seines Lehrers Einsicht in die Wirklichkeit bekommen hatte